Das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen steht fest. Die CDU und die Grünen sind die Wahlsieger. SPD und FDP haben deutlich verloren. Trotzdem ist noch offen, wer die Regierung stellen wird für Schwarz-Gelb wie bisher, reicht es nicht mehr. Die Grünen allerdings haben ihr Ergebnis fast verdreifacht und dürften die sogenannten Königsmacher werden. Denkbar wären jetzt eine schwarz-grüne Koalition, eine große Koalition oder eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Und für die hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gerade im ARD und ZDF-Morgenmagazin noch einmal geworben, obwohl seine Partei gut neun Prozentpunkte weniger hat als die CDU. Man muss eben eine Mehrheit auch organisieren am Ende im Landtag und das geht auf Grundlage von Inhalten. Und die Grünen und auch die SPD haben viele Kritikpunkte vorgebracht an Henrik Wüst. Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Die SPD hat mit 26,7 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte in Nordrhein-Westfalen erzielt. Ist denn die SPD damit überhaupt in der Position, einen Regierungsanspruch zu erheben? Also, vor dem Krieg, muss man jetzt ja leider immer sagen, im September 21 sagte ein gewisser Olaf Scholz, die Wählerinnen und Wähler haben sehr klar gesprochen, sie haben gezeigt, wer die nächste Regierung bilden soll. Das ist der sehr klare Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gesprochen haben. Und gestern Abend rief in Düsseldorf in der Staatskanzlei jemand, Bingo, Schiff versenkt, Hendrik Wüst und sagte, Olaf, kann ich den alten Ohrton bitte nochmal haben? Und sagte, es gibt zwei Gewinner heute Abend, das ist der Auftrag, eine künftige Regierung zu bilden und zu führen. Und damals, als Olaf Scholz hörte, Mensch, der Armin Laschet will tatsächlich aus der Minderheiten, aus der Verliererposition heraus versuchen, eine Mehrheit zu organisieren, da war die Empörung groß. Und genau das wäre das moralische Dilemma, in das Kevin Kühnert da offenbar die SPD gerade stürzen will. Nämlich, dass man eindeutig eine ohrfeige Absage bekommen hat und sagt, ist uns egal, der Wähler wille, wir machen es trotzdem. Hat Olaf Scholz mit den beiden Landtagswahlen jetzt auch die Quittung bekommen für seine zögerliche Ukraine-Politik? Das mag mit drin sein, finde ich. Aber um fair zu sein, wir leben in Zeiten großer Verunsicherung und bemerken gerade dann immer, dass die Wählerinnen und Wähler der alten politischen Grundregel folgen, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Also wir haben ja auch einen linken Ministerpräsidenten, wir haben SPD-Ministerpräsidentinnen, wir haben einen grünen Ministerpräsidenten. Das trifft immer den Landesvater, die Landesmutter und da hatte Herr Wüst halt einen kleinen Vorsprung. Groß war der nicht, weil diese Wahl war eine Gleichung mit mehreren Unbekannten. Die Unbekannten hießen Wüst, Kutschaty, Neubauer und so kam es zur schlechtesten Wahlbeteiligung aller Zeiten. Ein Landesaspekt mag sein, wer hier das Schulministerium hat, verliert grundsätzlich die nächste Wahl. Die Grünen haben sich ja nicht nur fast verdreifacht, sondern hatten 2017, nachdem sie das Schulministerium hatten, auch ein katastrophales Ergebnis. Und diesmal hat es die FDP erwischt. Da steckt natürlich Frau Gebauers Corona-Politik mit drin. So und wenn man diese landesspezifischen Aspekte weglässt, dann kann man natürlich sagen, das wird jetzt nicht mehr lustig für die Ampel im Bund. Wir haben am Freitag schon die Profilierungsneurose der FDP, den Zwergenaufstand im Verteidigungsausschuss gesehen. Und die wird jetzt noch panischer versuchen, sich irgendwie zu positionieren. Und dann wird es hier in Düsseldorf auf eine schwarz-grüne Koalition zulaufen. Herr Wüst predigt überall Versöhnung von Klimaschutz und Industrieland. Mit wem will er das wohl machen? Und da werden die Grünen tatsächlich mit diesem Eindruck von Emotionalität, Klarheit, Authentizität, die sie im Bund verbreiten, hier in Düsseldorf, sich in die Koalition reinzwingen können. Das ist das Ergebnis. Ob das schon so der Anfang vom Ende der Bundesregierung ist, würde ich noch nicht behaupten. Denn auf die lange Sicht wird sich ja jetzt auch Herr Merz, der in diesem Wahlkampf überhaupt nicht vorkam, im Gegensatz zu Herrn Scholz, auf einen durchaus potenten Wettbewerber aus Düsseldorf einrichten können. Der Montagskommentar war das mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne.